Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube es so 122, 123, irgendwas in der Form. Ähm, ja, ich glaube es ist 122, ich weiß es wirklich nicht. So, äh, ja, egal, äh, hallo. Äh, gestern kam mir keine Folge, es lag einfach daran, weil ich noch Prüfungen hatte und ich keine Zeit hatte, da jetzt, und es mir keine Zeit genommen habe, das zu machen, weil, ist ja verständlich, ne? So, ähm, wir haben Uyumeter. Äh, ich habe, wie man hier schon schwer erkennen kann, einen Advanced Machine Frame gemacht. Wir sind hier mit dem ganzen Uyumeter durch, äh, wir haben Iridium durchgewandelt, wir haben hier auch nochmal einen schönen Pottich voll mit 1,7 Eimern, äh, Uyumeter, äh, hier sind auch noch Scrapboxen drin, weil ich habe eben nochmal alles verkraftet und reingeballert. Ähm, und was wir jetzt erstmal machen, wir machen jetzt mal Machine Frame hier. So, dafür nehmen wir einfach das Ding hier, packen da hin und machen dann die da. Äh, Quack, falsch. Wir klicken hier drauf. Und dann für 250 Millibuggets kriege ich dann wunderbar, so, einen Advanced Machine Frame. Ich freue mir. Wunderbar. So. Alle klar. Dann haben wir das Ding, das packen wir jetzt hier schon in die Mitte. Und wir kriegen einen Void-Or-Miner-Controller, Tier 1. So. Wunderbar. Äh, gehen wir mal nach unten. Hallo. Achso. So. Hi. Ähm, das Ding brauchen wir nicht mehr. Lassen wir packen wir mal das Ding hin. So. Struktur bleibt die gleiche. Ähm, mit dem Unterschied, dass wir jetzt natürlich die Kiste nochmal irgendwie umfüllen können. Ähm, ich weiß halt nur nicht. Ich muss mal gucken. Warte mal. Äh, noch ein. Ich mache erstmal alles weg, was wir wegmachen können. Dann entscheide ich vom Rest, ob ich es behalten will oder wegschmeiße. So, ich glaube, das ist der Beste, ne? Äh, noch ein. So. Gut. Ähm. Harten Clay behalte ich mal. Sponge behalte ich sowieso. Äh, diese gefärbten Harten Clay packe ich weg. Ein Slimy Dirt auch. Mit Zählen können wir nochmal behalten. Red Sand können wir auch nochmal behalten. Potzole, aber der Rest kommt weg. So. Das ist nur irgendwie Schleim Island Zeug und farbiger Clay und das brauchen wir nicht. So. Gut. Ein bisschen Clay. Man weiß ja nie, wenn wir nochmal was für, vielleicht für, ähm, Immersive Engineering brauchen, äh, oder so. Aber bisher sieht es ja nicht so aus. So. Dann die Zähle hatte ich aufgeladen. Äh, und dann brauchen wir noch einen Flux, äh, Flux, äh, Flux Point. War das, ne? Ja. So, dann machen wir das bei ihm schnell nochmal kurz. Einmal das. Einmal das. Flux Point. Äh, mit Hilfe von der Energy Cell kann ich halt ja wunderschön steuern, wie viel Strom ich jetzt brauchen möchte. Ähm, also wie viel Intake ich haben möchte und wie viel Output. Wir werden es über den Intake erstmal regeln, äh, damit wir den dann einfach erhöht können und nicht mit dem Output rumspielen müssen. So. Das Ding fängt jetzt schon an, äh, und wir haben schon mal 10 Uhr. Wunderbar. Äh, wir machen jetzt erstmal hier, äh, Input. Und so, den Input setzen wir mal auf 100 F-Protik. Das heißt, die Lachung jetzt mal dauerhaft 100. Das sollte machbar sein. So. Äh, please select network. Äh, welches war was? Main Energy? Ja. Okay. So. Genau. Und dann kriegt das Ding jetzt ein Mistraum. Allerdings nur 111 F-Protik. Das heißt, es wird natürlich trotzdem leer gehen. Aber, ja, das ist erstmal relativ egal. Äh, gut. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns mal drum, dass wir jetzt noch den Rest machen können. Ähm, und zwar möchte ich gerne ja unserem E-System entlasten, hatte ich ja gesagt. Ich glaube, ich habe aber jetzt nichts vorbereitet. Sagt ja er und hat fast alles. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. So. Äh. Einmal hier rein. Flup. So. Ups. Ups. Okay. Dann will ich noch mal kurz gucken. Haben wir... Ich habe davon... Ja, ich habe alles gemacht. Okay. Äh, RTG... Ups. RTG Fuel. Haben wir 6. Also für 1 Grad mal. Für Blutonen habe ich noch. Ein bisschen. Kann man ein bisschen was machen. 6 Stück. Kriegen wir jetzt nochmal... 5. Ne, kriegen wir fast nochmal 1 voll. Habe ich noch die... Äh, Dance Isle? Nein. Okay. Dann ist sowas. Dann machen wir nochmal 100 Eisenplatten nebenbei. Äh, während wir dann jetzt hier mal den Rest noch craften. Dann... Also 1... Warum habe ich immer nur die Hälfte gemacht? So. Okay. Gut. Äh, damit haben wir die beiden Dinger. Wie gesagt, das wird unsere Stromversorgung ja werden. Ähm... Und dann brauche ich mal... 1... 2... 3... 4... Schwupp. Schawupp. Und dann könnte ich das RTG viel schön mitnehmen. Und das war jetzt gleich... Kann sterben. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie wir das machen wollen. Ups. Äh, wie wir das machen wollen, wo wir es vor allem hin machen wollen. Äh, den Energy Acceptor hatte ich glaube ich hier nirgendwo hingepackt. Das war glaube ich hier hinten, ne? Ja. Da ist unser Receiver. Ähm... Ich hab keinen Acceptor am Ende. Nö. Okay. Das heißt, das ist unser einziger Input jetzt erstmal. Wir haben 2 Controller. Okay. Das ist richtig doof. Das ist alles so doof. Wir brauchen eigentlich mehr... Ähm... Eigentlich wäre es gut, wenn wir noch mehr Controller hätten. Ah, erstmal ein Acceptor wäre auch nicht schlecht. Hi. Maju. Ciao. So. Äh, was brauche ich nochmal dafür? Für so einen Acceptor? So. Gedeicht da. Es geht ja nicht. Wir brauchen eigentlich nur ein Iridium Gear höchstens. Ähm... Ansonsten... Stahlplatten... Jetzt crafte ich gerade... Okay, aber wir kriegen das hin. Äh... Was ist das? 9, 18... Paaren 30... Machen wir mal... 48... So. Einmal nach hier oben. Das kann ich auch leichter machen. So. Machen wir das jetzt einfach ganz schnell. Falsche Richtung. Einmal nach hier. Einmal nach da. Einmal nach nach hinten. Und dann... Einmal hier. Pflup. Klunk. Und dann... Ups. So. Wunderbar. Und dann machen wir jetzt einfach nur ein Stahlplan nebenbei. Und dann haben wir nochmal einen Acceptor. Und dann können wir es nämlich hier hinten irgendwo hinballern. Was ich nämlich schon gesagt hatte. Wo ich es gerne hinballern würde. Äh... Das heißt wir werden hier irgendwo den Acceptor drinnen haben. Äh... Den könnten wir theoretisch dann sogar hier hinstellen direkt. Äh... Und könnten dann hier links und rechts davon irgendwie das Zeug aufbauen. Und dann... Ja... Ja... Ne... Ähm... Problem ist natürlich, ich brauche dann später noch Kabel. Ja gut. Es wird schon irgendwie... Sozusagen wir packen einen hier hin. Bup. 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 Nein da hin. Bup. Äh... Kommen wir oben was dazu machen wieder. Das sehen wir mal dann kurz weg. So. Wunderbar. Ähm... Da muss ich hin. Wir haben noch nicht mal ansatzweise genug. Äh... Wir packen aber hier schon mal die 6 Dinger rein. Dadurch produziert schon mal ein bisschen Strom. So. Ähm... Eisenplatten. Wie sieht es eigentlich aus? Na guck mal. Da können wir ein bisschen was machen. Bauen wir das schon mal in den Kompressor rein. Dann machen wir das hier nämlich mal kombinatorische Arbeiten. Okay. Das dauert eh noch eine ganze Weile. Gut. Ähm... Dann würde ich sagen, wir kümmern uns mal kurz um was anderes. Ähm... Das war nämlich noch eine Sache. Und die andere Sache ist... Äh... Wir müssen noch eine Endergesterage machen. Äh... Für einen Input. Was nicht so schwer sein sollte am Ende. Ich hatte gerade schon das Dinger leckt hier ohne Ende, aber anscheinend nicht. Okay. Gut. Ähm... Müssen wir uns auch mal alles irgendwie noch ein bisschen mehr verbinden, glaube ich. Ja. Was brauchen wir nochmal? 18 plus 18. 36. 2 noch. So. Hast das Überbleibsel. Das sind heute 10 Jahre. Okay. Ähm... Das kann ich eigentlich erstmal ausziehen. das wieder an. Wunderbar. Strom kommt dann langsam rein. Also, äh, nicht Strom, die Platten. Ähm. Mal kurz gucken, ich brauchte noch Basic Circuit 2, ne? So. Natürlich ist er fertig immer, wenn ich nachgucke. So. Brauchen wir nämlich nur die Stahlplatten noch. Okay. Äh, ich guck noch mal kurz runter. Weil mittlerweile sollten wir, ups, durch eine Show komplett durchgebrannt sein, der hier drin ist. Wir haben einen Tin. Warum haben wir nur ein Tin-Erz bekommen in der ganzen Zeit jetzt? Braucht er wirklich so viel mehr? Ah, warte mal. Äh. 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 Boid Orminer. Äh. 320.000 RF per Duration. Das heißt, mit unseren 2 Millionen sollten wir eigentlich ein paar Items gemacht haben, die da ursprünglich drin waren. Das Ding frisst natürlich wesentlich weniger, aber... Ach, eine Duration sind 400 Ticks. Das heißt, wir brauchen 400 mal dat. Ach, ne, per Duration. 400 Ticks. Ne. Oder ist er einfach nur langsam, oder? Na gut, der ist anders doppelt so schnell, aber trotzdem. Ich bin der Meinung, wir sollten schon ein zweites Item wenigstens drin haben noch. Naja, okay. Das ist grad wirklich verwunderlich. Ich bin mir grad echt Gedanken, dass da irgendwas nicht so läuft wie ich es möchte. Hallo? Danke. Wir holen mal ganz kurz die Stahldinger mal hinab. Achso. Ja. Da ist eine Eisenplatte drin und alles ist doof. So. Aber wir können nur noch mal ein Ding machen. Erstmal ein bisschen Strom können wir schon mal reinpacken. In seinem E-System. Wir müssen halt nur dafür sorgen, dass er wirklich das als erstes nimmt, was ein bisschen problematisch wird. Es sollte trotzdem glaube ich entlasten. Oder wir tun hinten einfach noch eine Energy Cell dran klemmen. Und definieren damit, was für einen maximalen Output wir haben. Das ginge höchstens noch. Das ist echt doof. Das ist echt doof. So. Dupt dept depp dept deat de? Dupt dept dept de? Dept 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 de- tuu? Und tada. Wunderbar. Noch stark mehr rein. Ancient Sceptor. flipp weg flipp hin ich weiß nicht, ob er den Strom auch davon nutzt ich hoffe mal schon das ist an, ja wo habe ich denn meinen da weil wir sollten ja dann theoretisch mit dem zweiten wenn wir den zweiten komplett fertig bauen wo wir ja nochmal Eisenplatten brauchten was ich gleich nochmal machen könnte ich nochmal hundertstück mache brennen zwar jetzt komplett durchs Eisen durch immer noch nur eins das kann doch nicht sein kann nicht sein, dass wir nur ein Item mit 2 Millionen AF machen das kann doch echt nicht sein um 400 Ticks 20 Ticks pro Sekunde das heißt, wenn wir das durch 20 teilen kommen wir auf 80, das heißt 80 Sekunden das heißt knapp über eine Minute und das ist länger, als wir jetzt das Ding laufen haben irgendwas ist da sehr sehr komisch so, die Sache ist die hier müssten wir wirklich, glaube ich, irgendwie priorisieren okay, dann machen wir es aber erst wenn ich dann unseren normalen Speicher fertig habe dann nehme ich nämlich das alte weg dann nehme ich also mache ich den Fluxpoint komplett weg aber ja ich bin gerade echt ein bisserl ich mache mal unten nochmal irgendwie das Ding weg, den Block und mache nochmal hin wenn ich es hochstelle passiert da was so, brauche ich ja 1000 AF pro Tick ich warte jetzt mal, ob hier irgendwas dazu kommt Laser ist auf jeden Fall da wir machen das mal aus wie gesagt, das Ding hat einen internen Buffer von einer Million muss ich dazu sagen der Void-Ohr-Miner und er braucht 320.000 pro Durchlauf das heißt, er sollte mir mit dem ganzen Strom hier sollte er mir zwei ja, drei vier, fünf fünf mindestens machen hey, jetzt haben wir was gemacht okay aber trotzdem ist es faszinierend dass die Stromwerte nicht stimmen warum stimmen die Stromwerte nicht? weil wie gesagt auch wenn das Ding einen Millionen Speicher hat zwischendrin das sollte mir trotzdem mehr machen als eins pro zwei Millionen weil wenn das der Fall ist dann kann ich auch einen anderen Block nehmen und das ist effizienter als das Ding kann mir nicht vorstellen dass es so ist ja, mir wurde übrigens gesagt nochmal ich habe rumgedirbt ich hätte im Scanner hätte ich hier die Disk liegen lassen können und hätte es einfach nur neben dem Replicator stehen lassen müssen dann hätte ich es machen können also wäre der Scanner statt der Pattern Storage hier und wäre es nicht im Pattern Storage dann hätten wir es auch machen können egal jetzt ist es auch egal so, mich stört einfach nur dass da unten ein Ding nicht funktioniert ähm, jetzt äh nochmal Eisenplatten dann machen wir nochmal ein bisschen RTG View so zwei er verbraucht es halt noch nicht aber wir brauchen insgesamt also wenn ich wenn ich die beiden Linger voll habe sollte ich ja auf 64 F-Buddy kommen ähm können wir mal gucken äh ne ähm ne äh nein wie hieß denn das Ding? Reader das war ein Reader so das Ding das Ding ich kann mal gucken ob ich davon vielleicht irgendwie Informationen rauskriege so, einmal das flupp so, zwei haben wir nochmal na, dann gucken wir mal an ähm so Energy draws 32 im EU wahrscheinlich M ''li'' so dass es mal tausend sind äh, ich habe keineillions Also es sollten auf jeden Fall 22 EU-Produkte auch sein, denke ich mal nachdem hat ja nur das mache ich das mache ich kriegen wir noch eisenplatten ja noch ein bisschen noch mal eins mit drei wenn ich es noch vier platten hinkriege mittlerweile so schön schnell mit dem platten auch so toll aber es werden keine vier noch mal zwanzig sollte dann hoffentlich irgendwie reichen zwei das heißt noch vier das heißt noch 13 das heißt noch neun wenn wir jetzt noch neun platten kriegen dann kriegen wir nicht das zweite ding voll 3,4,5,6 die macht neun wunderbar ok dann haben wir nicht die zweiten äh dann haben wir noch ein ding fertig dann haben wir warte wie viel habe ich jetzt gemacht drei dann haben wir vier fertig nämlich vier fertig von möglichen sechs auf jeden fall mehr als die hälfte das heißt wir sollten eh schon mehr produzieren als wir brauchen dann wechseln wir noch mal unser anzug das haben mitgenommen ich finde schön dass man es mittlerweile decken kann so dann machen wir das mal rein und gucken mal hier ja naja ein bisschen mehr das heißt zusammen sind wir auf jeden fall so um die 50 1.50 eu pro t so jetzt ja gut na gut wenn ich dann mal ein bisschen pallets mache warte mal wie viel brauchen wir noch mal pro so ein ding da brauchen wir neun mal neun mal neun mal sechs okay dann mage ich noch mal ein stack weiß nicht wie viel ich noch hatte 69 reichen so dann kriegen wir noch mal die fünfte und ich trenne jetzt aber schon mal jetzt mal gucken Ich kann nicht. Okay, ich muss es abbauen. So, dann gucken wir mal kurz hoch, wie es aussieht. Natürlich kommt jetzt auch noch ein Gewitter. So, warte mal hier. Das Ding steht. Das Ding nimmt ab. Okay, das ist kein so gutes Zeichen. Weil es sollte eigentlich nichts abnehmen. Okay, das kann doof sein. Vielleicht haben wir doch noch nicht genug. Ja, wir nehmen ab, wir nehmen ab, wir nehmen ab. Okay. Gut, dann brauchen wir doch ein bisschen mehr. Ich konnte es mir nicht andenken. Ich konnte es mir denken. Ich wusste, dass wieder irgendeine Kleinigkeit fehlen wird. Ja, und jetzt probate es halt wieder gar nicht mehr. Wie immer. Okay. Gut. Das ist jetzt echt doof. Wie viel Plutonium habe ich eigentlich noch? Eins. Und drei noch hier drin. Das heißt, wir haben noch zwei Plutonium. Wie viel Cyanide haben wir? Sieben. Das heißt, ich brauche noch neun Cyanide. Und dann kriege ich das Ding komplett voll. Wird wahrscheinlich keins drin sein. Doch, eins ist drin. Ja. Dann haben wir schon mal eins. Brauche ich noch acht Cyanide. Nein! Nein! So. Geht besser. Können ruhig da drinnen bleiben. Die Dimmlets. Okay, das kann ich noch weg. Ähm, dann... Ich wollte, ich kann noch mal die Eisenplatten nehmen. So, drei. Vier. Und fünf und sechs kommen jetzt auch. So. Wunderbar. Dann haben wir nicht alle. Und dann kriegen wir noch mal ein Ding mehr. Und dann probiere ich das noch mal aus, ob das reicht. Wenn nicht, äh, dann... Ja. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich kann leider keine richtigen Prioritäten machen, weil es zwei unterschiedliche Stromeinheiten sind. Und ich kann leider im Acceptor auch nicht sagen, nimm zuerst den Strom. Ähm, und wenn es nicht ausreicht, nimm noch was anderes. Das ist ein bisschen... Ne. Ja. Deswegen ist es mehr ein Try and Error. Das ist halt das Problem, wenn man mehrere Dinge versucht zu, äh, vereinigen. Das funktioniert nicht mehr. So, wie man es haben will. So. Huch. Okay. Ähm, dann gucken wir jetzt noch mal, wie viel Strom haben wir jetzt. Aus irgendeinem Grund nur... ...14? Nimmst du vielleicht doch ein bisschen was? Max. Max. Ich weiß halt echt nicht, ob er jetzt schon was macht. Vielleicht sollte ich auch die Dinger... Vielleicht sollte ich noch mal eine MFE machen. Musst du, dass wir mal eine MFE nehmen. Den dazwischen klatschen. Äh. Fun-Machine-Frame. Äh. Energie um das. So, warte mal, wir brauchen. 4. Ähm. Nein, 2, 3, 4. Fertig. Äh. Kann ich dafür noch mal 4 machen? Ach, tue ich nicht. Dann bereite ich das noch mal schnell vor. Und dann machen wir es nämlich so, dass wir ein MFE hinballern. An dem wir praktisch unseren Strom reinleiten. Und dann sehen wir ja am besten, ob wir den Strom verlieren... ...oder sogar dazubekommen. Und wie viel wir verbrauchen. Das ist wahrscheinlich besser. Ach, was mach ich denn? Sollte vielleicht erst mal das Zeug fertig craften, ja? So. Dann das Ding und dann Energium Dust. Äh, da braucht er noch eine ganze Weile. Okay. Okay. Wir brauchen jetzt 19 Eimo von unserem Redstone. So, ich probiere es jetzt einfach nochmal ein bisschen, so. Ähm. Also 50 Euro pro Tick. Das Ding sollten 32 sein. Das Ding auch fast. Deswegen bin ich jetzt dafür. Wir testen es nochmal kurz aus. Äh, falsch. Ich laufe immer zur falschen Richtung. Ich weiß auch nicht. Und wir nehmen ab. Das Ding nicht, aber das Ding nimmt ab. Wenn auch nur langsam ausnimmt ab. Macht das keine 32 EU-Bothek? Ich dachte immer, es macht 32. Weil 32 wären gar kein Problem. Anscheinend machen wir 25. Was weiß ich nicht. Äh, weil... Sonst wäre ja... Das Ding verbrauchen wir... Also, ups. Das Ding verbrauchen wir ja komplett. Plus das, was hier nicht ausreicht, das heißt eigentlich 32. Das heißt 64. Aber wir verbrauchen eigentlich maximal 50. Das ist, was ich nicht ganz verstehe. Na gut, das geht kontinuierlich runter. Deswegen mache ich nochmal den Fluxpoint hin. Ah, wenn es mich stört. So. Okay. Gut, dann brauchen wir nochmal das letzte Ding. Ähm. Kraft noch Diamantest. Okay. Stored one, scheduled 19. Nach dem Schedule. Oh, kraftst du den? Moment. Was war hier drin? Wartet ihr ernsthaft noch auf den Diamantest? Eher die Eimer machen? Warum? Warum machtest du auf Diamantest, um Eimer zu machen? Äh, okay. Gut. Okay. Das heißt, wir brauchen einfach noch Plutonium. Ähm. Und dann sind wir fertig. Hoffentlich. Ich kann auch die Dinger schon mal umstellen. Das können wir nochmal machen. Und dann muss ich eh nochmal runter gucken, wie es unten jetzt eigentlich aussieht. in unserem Kehrleuchchen. So. Okay. Das war mein Ranch. Flupp. Flupp. Hier kommt dann der, äh, MFE rein. Wunderbar. Hier haben wir jetzt erstmal Strom. Äh, dann. Moment. Mensch. Einmal ganz da unten. Ganz da unten. So. Es kann doch nicht sein, dass ich für 2 Millionen ein Item kriege. Wenn 320.000 draufstehen, oder? Bin ich doof. Alter, lohnt sich's fast eher ein, ähm. Wie heißt's? Eine Ender Query zu machen oder so ein Laser. Also, die verbrauchen weniger Strom und, yay. Ähm. Hm. Das ist echt, äh. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde, ich bin da echt enttäuscht gerade. So. Besser. Okay. Ich bin da echt gerade sau enttäuscht. Weil das ist echt bescheuert. 2 Millionen für ein Item. Irgendwas ist komisch. Ich weiß, der Stromverbrauch geht runter, wenn ich höhere Tears habe. Das ist logisch. Aber trotzdem. 320.000 steht dran. Oder sehe ich was nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof. Also, vielleicht brauchen wir auch noch mal eine Quantum Query oder so. MFE. Einmal das Ding. So, jetzt hoffe ich kriege ich's gleich richtig gedreht. Ist es richtig gedreht? Ja. Ist es richtig gedreht. Wunderbar. So, das Ding kriegt jetzt Strom. Wunderbar. Von den beiden Dingern hier. Würde es erstmal leer machen, aber ist ja egal. Wir brauchen dann auch nochmal ein Stack Eisenplatte. Ja, wir werden sehr wenig Eisen haben danach. Deswegen dachte ich eigentlich, wir kriegen damit endlich wieder Eisen rein. Aber anscheinend beschließt das Ding. Nein. Ich produziere nicht dir das, was du haben willst. Ja, zwei Millionen sollten es schon mehr als ein Item geben, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir ansonsten doch einen Laser. Einmal noch einen Laser. Mining Laser von Industrial 4 Going. Den könnten wir noch machen. Oder eben die Quantum Query. Könnt ihr mir immer sagen, was wir machen wollen? Ob wir eine Quantum Query machen wollen? Die ist wahrscheinlich einfacher. Oder ein Laser, was jetzt auch nicht so schwer ist. Ja. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Jedenfalls ist die Folge jetzt Ende. Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir jetzt wesentlich mehr erhofft. Von dem Ganzen. Nun gut. Ändern kann ich es jetzt auch nicht. Wir kriegen hier auf jeden Fall ein bisschen Strom. Ich werde dann wahrscheinlich nochmal bis zum nächsten Mal das letzte Ding fertig gemacht haben. Und dann... Ja. Probieren wir es nochmal. Und hoffentlich reicht es dann mit dem Strom. Es sollte eigentlich. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht gehen sollte. Nun gut. Äh. Aber ja. Genug erstmal davon. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.